Die Klinen kann man ja zwischendurch nochmal schnell wegkicken, aber das Gros zur Pflanze wie das dauert echt zu lange. Und die werden nicht weniger anscheinend. Hä? Bläh, was ist denn nun los? Brauchen wir einfach drauf. Kloppy muss mal kurz wen holen zum Healing. Ja, das wird eng. Ach, anfällig gegen Wasser und Eis. Das merken wir mal. Das wird sich mal gemerkt. Ist doch bestimmt. Seid doch. Einmal Level 2, mal 3 geil. Okay. Nee. Nee. Du musst noch meinen holen. Das dauert mir sonst echt zu lange und das spiel geht doch schon ein bisschen wer bist du we meet again I heard you took part in operation me in you've seen that makina aren't the answer in the end only summoners can hope to defeat sin you are right I must train harder I can help with that if you like I propose a contest of a a friendly contest of course na gut kann man ja immer machen that's the spirit but before we begin I have healed your aeons well shall we so the terror out there is all around me call whichever aeons you want I choose a bestimmte bestie so my stromfaird can I not take it also I take the fire nicht durchschaubar don't hold anything back show me what you've learned alter wieso durfte das ding mehrmals angreifen das ist doch unfair oh jetzt wird's enden jetzt aber nochmal richtig drauf das muss jetzt aber gesessen haben was bemerkens wird ist dass Ixion den den zauber hast verwendet hat ein zauber den jonas Ixion nicht beherrscht wie ist das möglich durch den befehl lernen im menü können sich bestie ability aneignen welche spätestens weise kann bei waris denn sich selbst heilen wenn er wieder gelernt hat das erfahre ich jetzt erst oder was jetzt zu ende ich kann den noch rufen das ist doch ein elektromonster das ist unfair dass es mehrmals hintereinander angreifen kann eine eiskalte niederlage und da sie im besitz einer medium seele sind können sie durch Anwendung von der bestie ability beibringen wen sie erlernen und anschließend die bestie die sie abilities beibringen möchten es entscheidet nun eine liste von abilities die die gewählte bestie erlernen kann dabei wird rechts oben das item angezeigt das zum erlernen benötigt wird links steht die anzahl der items die sie derzeit besitzen rechts ist die anzahl die nach dem erlernen übrig bleiben die bestie die gewählte ability bereits beherrscht oder nicht genügend items verfügbar ist wird diese abilität in grau angezeigt sie können demnach nicht erlernt werden logisch wenn sie die gewünschte abilität gewählt haben werden sie gefragt ob sie ganz sicher sind mit ja erlernen die bestie die ability die bestie können nun die gleichen abilities erlernen wie ihre charaktere doch manche abilities können von bestien nicht erlernt werden soviel zum vorgang erlernen studie yuna und grow strong meine bestie sind verletzt und kann ich sie jetzt nicht benutzen danke das ist doof was seid ihr denn das ging flug monster muss waka ran go 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 hm was mach ich denn hier ah das klappt ja ganz gut blitz hat der eine gewicht gekriegt alter ok dieses schwert ist so unfassbar hässlich ist doch was z abwehr spheroide halten ok kommt mir bekannt vor komisch das trifft ja auf jemanden nicht mehr oder was da musst du jetzt mal ran hier auf den meter ok ok nicht so nervös dass wo da ist ok auch der ist jetzt drin ok 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 wer ist denn am schlimmsten verletzt das war ich ja ok 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 nicht schlafschutz hochreiz aber nicht im tiefen dunklen wald da kommen wir her Das ist die Moonflow. Das sind die Moonlilies. Sie sagen, dass die Blöden der Pyreflie hier stattfindet, wenn die Nacht fällt. Die ganze Wasser fliegt wie ein Meer der Stärken. Wirklich? Hey, ich habe eine Idee. Wir warten nicht bis die Nacht. Ah. Oh. Dann, als wir die Schmerzen haben, kommen wir zurück. Okay, schweig eine Minute. Hey, wir besser hurry, oder wir missen die Schuhpuff. Schuhpuff? Das ist eine Art von Boat? Hm. Okay. Wer weiß, wer weiß. Whoa! Was ist denn das? Das denn? Ein riesiger Ameisenbär, oder was ist das? kiste ach der schon wieder ein Hitze und Kälteschwert ach komm kann er hier drauf das ist auch gut Giftschlag Zauberabwehr kommt dazu ach das hatte ich schon so das andere Zeug verkaufen wir mal wieder so manchmal hat der Typ doch ganz gute Sachen dabei Schuhpuff Schuhpuff ich habe einen in so lange Was? Du bist auf einer von diesen? Na ja, einfach mal 10 Jahre mit Kumari Remember? Schuhpuff shook Una fallen in water Schuhpuff scoop up Una with long nose Una jump in 3 more times for fun Kimari worried whoops Una had fun Kimari happy Nur so lange wie sie glücklich ist Was geht denn hier? Gelingen Gelingen zum Shopping nicht Gelingen Gelingen nur Kurs nicht Gelingen Abwehr bleibt gleich und dann Blindschutz mit Druck auf, kann man ja machen. Ehhhhh, ne?